Oli, du kannst mir einen Gefallen tun, du brauchst den, äh, mal schöne, äh, von alten Horrorfilm-Klassikers. Hey, Billy. Ja, such die Generatoren, es will die Münzen. Ey, hoffentlich sieht das Jacket dann auch gut aus, wenn man das echt... Es sieht denn der... Ja, es ist hell, Billy, ja. Das siehst du sofort, der Generator, der unterscheidet sich von den anderen. Und von schönen alten Horrorfilmen, mal die schönen Soundtracks rauszusuchen, Oli. Hier ist schon mal kein... Mhmm, das ist ja voll schön. Warum rennst du hier eigentlich? Mhmm. Warum rennt's? Rennt doch nicht da! Renn nicht. Ach, Poncho, wie war das? Der ist da auch verletzt. Ja. Bestes Perk, wa? Ja, aus Versehen noch. Wird's eigentlich ändern. Ja, einfach sich find ich's jetzt gar nicht so scheiße. Im Haus oben drin ist einer. Wenn du am Haken wachst, ist halt echt hilfreich. Erster Stock, Hatsu und Generator, ich bin dran. Ah, oh, ich hab ne grüne Kiste. Das wär cool, wenn einer helfen kommt. Damit wir den schaffen. Ja, ich, der Kilo ist bei mir irgendwo. Nicht ins Haus! Dann schauen wir den auch mal an. Ich bin noch weggebreit, ich auch noch's. Und wo soll ich's dir schicken? Ja, mach mir mal Text-Chat offen bei Teams. Äh, bei, äh. Bring! Weiß mir da die Links rein oder so. Oh, der war oben und draußen. Es wär, es wär geil, wenn ich... Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Könnt ihr bitte den Generator machen? Ich will die bitte. Ich hab zwar ne Playlist drin, aber das sind nur die alten Dinger von... Wie weit ist der denn? Da war ich noch nicht geboren, weißt du? Oh, ich weiß, komm, Mann. 60er, 70er und 90er, sowas, aber wenig 90er dabei. Richtig nervig, der Typ. Und die meisten Sachen, die klingen irgendwie, äh, so, so, Orchester-mäßig, also... Da ist auch der Zweite, gleich da, wo ich wahrscheinlich... Da, wo ich hänge, neben mir ist der Zweite Generator, oben im Haus der Erste. Aber, ähm, Tobi, erst mich runterholen, dann in die Generator. Ist er bei dir? Wo ist er, Blue? Neben mir ist der Erste Generator, oben im Haus ist der Zweite. Wow, mein Gott, ich hab's denn keine Kettenbeginn, ich hab's gebrochen. Hä, wie hat er mich denn da getroffen, Alter? Er hat mich einfach durch die Wand gesägt. Och, ja. Er sucht jetzt einen Haken. Mh, mh. Kannst du mich kurz heilen, bitte? Ja, klar. Äh, warte jetzt, satt. Rückert irgendwie nicht. Wow, ich hänge auf Silvesterhaken. Ja, aber jetzt hast du ne Münze bekommen. Ich weiß nicht. Er hat's bekommen. Du! Ja, wir auch. Ach, ihr habt den Generator gemacht. Ja, klar. Achso, ja, dann ist es egal, dann kann ich sterben. Ja, aber es gibt noch einen Zweiten. Nicht weglaufen. Halt jetzt durch. Keine Sorgung, ich ess grad was von dem herauf ich jetzt sowieso nirgendwo. Hahaha. Hammerade. Alter. Nein! Da macht 8 Jahre mit der Verpackung rum, dass was rauskommt. Komm mit, wir gehen jetzt zu dem Generator hier. Danke. Da kommt. Nein, er hat mich gefunden und eingeklemmt, die Sau. Ich hab mich geblockt. Los, komm, komm. Renn, Alter. Da schaffen wir. Bitte, bitte, bitte. Gibt's noch n... Er kommt zu euch. Er kommt zu... Nein, doch nicht. Doch nicht. Macht nix. Nein. Was ist das? War das jetzt auch so eine? Ja. Ja, ja. Das war ja der Generator. Du hast deine zwei Münster als ein paar Sieg. Ja, ja. Oh, jetzt kam ich in Frieden von euch. Aber wir wollen warten. Ja. Ich glaub, ich hab alles was für heute die Runde. So, schnuckipuppi. Ich hol dich mal runter. Hi. Ich hab ein bisschen schwer geworden. Ich hab die Schokolade gegessen heute. Na, scheiße. Ja, ich musste dich runterholen. Der Haken, der ist nicht einfach passend für dich. Deswegen da hinten schon der nächste. Aber was läuft denn? Ja. Hier geht's dir ab. Wir stellen die, wie die fliegen, du. Oh, da kommt jetzt hier rüber, das Mäuschen. Oh. Alter. Oh, leck. Ich glaub, der hat dich gesehen noch. Mhm. Hab ich grad auch gedacht. Ja. Läuft in die eine Richtung, dreht um und zeigt voll zubiert. Das sah natürlich nicht schlecht aus. Mhm. Alter, immer dieser dreckigen Hinterwälder. Der soll zurückgehen in sein Inzestdorf. Wieso sieht der mich da? Das ist doch nicht möglich. Ich glaub, der hat Barbecue und G drin und hat dich noch vorher gesehen. Ich bin tot. Du bist tot. Jetzt. Komm. Ich haal dich leid. Ich komm zurück. Bär. Na du ja nicht. Ich kann mal den talen. Ich brauchst ja schon mal einen Pinguazei. Doch, er kommt. Oh, lauf mich, alter. Ich kann mich selber ein. Achtung. Laufhaken, laufhaken, Ballett. Jawoll. Oh, Mann. Das war mehr wie klapp. Das war mehr wie klapp. Ich hab die Münzen nicht bekommen. Kommst du zu mir? Ja, warte. Oh, ich hab nichts gesagt. Ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Hat jetzt eigentlich der Killer noch ein zweites Ding gehabt, oder? Ja, dann hat er auch zwei Haken wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich hoffe, da ist was Gescheites dabei. Wobei. Achso, in der Playlist. Keine Ahnung. Gucken wir an, ich stehe hier noch am Backkrieg, aber. Ja, wir sitzen gerade und machen einen Generator. Ja, ich glaub, ihr wirst links zu rechts haben, glaub ich, zu ziehen. Nee, ich war hier hinten, wo ich jetzt hinlaufe. Da war nämlich auch einer. Okay. Der lief schon. Oh, Herzkrasper. Ja, er ist bei mir, keine Sorge, der chaset mich immer nur noch. Ja, aber hier hinten war der Generator, wo ich hin. Ach, Mann. Na gut. Dann bin ich jetzt auch tot. Er hat direkt beim Haken. Ja, gg. Bei mir liegt ein gelber Werkzeugkasten. Äh, eigentlich ein grüner. Bin bloß zu blöd, um Sachen richtig auszusprechen. Ey, der gerät mich. Rippert, jawohl. Daher Roller. Mhm. Oh, da hinten fährt er lang. Der geht Richtung Wassertour. Da ist der Generatorium schon fertig ist. Was hätte ich da jetzt dran gesessen? Waschenlampe, dein Ernst? Ich hab hinten einen Generator brauchen schon. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich hab ihn schon. Ich werd verfolgt. Das einzige Positive ist, ob er dich entschlägt oder dingst, macht bei dir keinen Unterschied. Ah, scheisse. Äh, hi, Yuna. Guck mal auf E drückt. Hallo, Yuna. Hallo, Yuna. Heldig. Hallo, grüße. Dies Point, hier war an dem Haken hat er mich aufgehangen. Da kannst du mich nochmal hängen. Aber er ist in der Griff. Sag mal, was machst du eigentlich? Machst du mal den Chen weiter? Du hast doch gesagt, dein Junke wäre schon ziemlich weit. Und mit dem weinen kommt was dreckig. Was ist da an der Griff? Das ist so glücklich, das nicht. Ja, ein Virus! Ein Virus sei. Du machst einfach den ich los. Wenn ich das mache, kriege ich aufs Maul. Das ist so glücklich, dass ihr das wahrscheinlich eher nicht. Hm, Poncho. Der kriegt einen bisschen am Arsch. Du machst ihn einfach den Ich los. Oh, dann geh ich an den Generator dran, jetzt. Da hier der Killer ist, muss ich wieder aufhören. Okay. Dann mach ich weiter. Wenn du nicht rennen würdest, könntest du so abhauen. Nö, ich hab ja... Der ist schon wieder hier. Warum auch immer. Ja, wow. Der ist weit. Da, der ist weit. Am Arsch ist der weit. Ah ja, halbvoll. Er ist schon wieder hier. Ey, du hast meinen Werkzeugkasten aufgehoben. Juhu. Jetzt ist er hier. Oh nein. 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 Und schon, du schaffst es. Poncho Poncho, unser Mann, wenn's er nicht kann, es keiner kann. Da, 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 da. Oh, Mama. Ich hätte schon im Schrank bleiben sollen. Halt doch die Klappe. Nice. So, holst du die Punkte wie die Tür. Der Typ ist sowieso... Ach, verdammte Wichse. Ich trau dir ein Haus, was deinen Namen hält. Hält? Hoch am Himmels hält. Ja, was hält das denn? Autsch, dir einen flach. Au. Ei, ei, ei. Juna, willst du nicht mitspielen? Ach, wir sind zu viel, sorry. Okay, und tschüss. War'n Spaß. Ich frag mich, vielleicht ist es ja buggy und du kriegst auch die Tokens, ähm... Ich hänge! Ähm, Kill Your Friends. Ah. Er weiß, wo du bist, sondern... Nee, weine nicht. Weil wenn das, äh, auch in Kill Your Friends funktioniert, würde es vielleicht funktionieren. Ach so. Könnt, dass du eingeschalten hast, Juna. Ich danke dir. Ich glaube, es gefällt dir. Und vielleicht können wir ja nochmal zusammenspielen, wir nochmal zwei rein. Äh, Poncho. Ah, nur bringt dir das ja nix, ne? Der Killer ist der Böse, der wollte mir weh tun. Book an Killer spielen, dann weiß ich genau, was ich mach. Ja. Ja. Ich glaube, er wird's klopfen, hier. Nein. Sehr was ein. Oh, oh. Puh, das ist ganz einfach. Ich nehm keine Perks mit. Äh, der verfolgt mich. Äh, ne, Mac Thomas. Und wenn du mich siehst, werf die Panette runter und lauf zum nächsten Schrank. Und dann läufst du an mir vorbei. Einfach versuchen, vom Haken runter zu kommen. Nein. Es klappt nicht. Ah, scheiße. Da, Tür blockt. Äh, so, Freunde, ich verabschiede mich nun. Yeah. Denn ich bemühe, der Tag war lang und ich werde vom blutigen Haken träumen. Haken. Oh, äh. Vom blutigen Haken, oh Gott, auf der hätte ich denn da vor. Sorry. Das war ab 18. Okay, wir haben noch 22 Uhr. Da passt das. Holy. Gute Nacht. Schönen. Und bis morgen. Ja, ich denke mal, ich grüße mal für alle, die im Tiefstück sitzen auch. Aua. Aua. Schlächer. Oh. Freide Sau. Alter, wie der auskohlen, ey, ne? Der Typ hat zu wenig Schläge gekriegt und kann er kennen. Wie ist die Zukunft? Gol, wie der tallest ist, hat das hier?